Kampfheilung, man könnte sich halt noch zusätzlich heilen, wenn ich Bollwerk eh nicht benutze. Das hat ein Video eigentlich noch so, Finale, Nahkampf, 3 zurück, kann er nur von ganz vorne machen, der springt was hin und her, Solo, 3 nach vorne, Präzisionsgrundwert 990 Schaden, minus 100 Prozent, minus Präzi, was geschweckt, okay, Kampfballade, bestimmt das nicht mehr drin, jetzt hab ich die Kampfballade nicht mehr drin bei ihm, wie soll ich bei Vichok die Kampfballade nicht mehr drin, das überlege ich mir gerade ernsthaft. Minus 40 Prozent, minus 30 aus dem Minus 10 Prozent, das ist ja übler Negativbuff. So, muss vor allen Dingen nicht die Gilde, sondern auch nicht, verdammt, da ist der Schmied. So, Kopie, ja, Pistolenupgrade, Flacker, du machst keinen Schaden, nicht so sehr zumindest. Wogenständig Stabsfeldwebel, Dodger, ausblanzierte Picke und Messer, so, das ist schon mal gut. Skotool, aggressive Mutation. So, jetzt hab ich ein paar Leute, wie ich das noch tun, ne, ich brauch jetzt mal ein bisschen Geld behalten. Ähm, ich wollt gewinnen, verdammt, ich wollt noch ein paar Ticks entfernen, oder? Polimisch, Lethargie und Tollwut zum Beispiel, dich muss ich mal behandeln. Flacker hier, Lethargie will ich eigentlich nur behandeln. Wird wahrscheinlich beides wieder werden, aber was soll's. Du bist nicht krank, Lethargie, Knuffi, Blutrünstig, faszinierend von Verletzung und Folter, das ist schon mal kacke. Und das ist Gold wieder weg. So. Stress sortieren. Kronkh muss auf jeden Fall nochmal schicken, ne? Äh, genau, da wollt nur ins Bodell gehen, das ist jetzt nicht mehr frei. Ja, wenigstens ist das, ja. So. Ähm. Wann hab ich hier? Eine Heilerin? Äh, 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 äh. Alles nicht so geil. Vielleicht erst, äh, das hier upgraden, oder so? So, ich bräuchte, was ist das denn? Sammle drei Medizin. Wurden wir jetzt hier nur zurückgelassen, diese Ware für den Wiederaufpolisdorf ist hilfreich. Aha. Sehe ich grad zum ersten Mal sowas. Sammle drei Medizin. Wird wahrscheinlich Bram nehmen? Wurde, wie sind denn meine Leute? Es hat halt nicht funktioniert. Ähm, ich war links in den Ruinen, wo die Skelette sind. Im Wald sind glaube ich nicht die Skelette. Da könnte man mit Bluten ganz gut vorankommen. Ah, Stufe sortieren bitte mal kurz. Schöne die zweite Bram. Ich glaube, ich will Bram anstatt Dingens mitnehmen. Oh, ich muss so. Rotfeder anstatt Tollwun und Schlichtlaune. Dich muss ich auf jeden Fall auch. Ne. Dich nehme ich nicht mit. Richtig Fäkalien, ja. So, demnach. Demnach. Komm Pete. Pete und Bram im Front. Ja. Habe ich für Pete schon die Waffen erhöht? Bram. Habe ich nicht mehr bei Bram gemacht. So, und Pete? Hat schon Stufe 2. Bichok hat auch Stufe 2. Achso. Das hier muss ich ihm noch wegnehmen. Nackernfähigkeiten will ich eigentlich gar nicht bei ihm. So, das Chance auf Betäubeneffekt ist. Quatsch. Kann. Kann er bekommen. Plus Max LP. Kreuzfahrer. Chance auf Gifthaucheffekt. Chance auf Betäubeneffekt. Chance auf Betäubeneffekt. Chance auf Betäubeneffekt. Blutenfähigkeit. Das will ich doch haben. Gegen Mensch. Chance auf Betäubeneffekt. Kannst nicht irgendwas von Plus Heilung. bewegen bewegen fähigkeit ist quatsch bloß ausweichen das ist gut für die das nacken fähigkeiten für ausweichen ich denke das passt ganz gut bringt man angst vom wald und quatsch schnee waldtaktiker und walddieb habe ich sogar minus schaden plus schaden im wald und der hier hat die chance auf erkunden im wald sehr gut aber ich sage immer los so essen zwölf mit dem reichen machen wir sogar drei fackeln so viel wir können okay ich kann es nur her machen okay das ist hilfreich losgehen geht nicht anders aufbrechen und habe ich auch keinen schlüssel mehr so was dabei besten und verfruchte menschen das durchlaufen ist noch mehr zusammen erst mal genau einen schritt gemacht abscheulich dazu widersetzt sehr gut dankeschön wenn es blut ist präzision schaden aufbluten sprich mal für vier pro runde schuldigen krass bist du denn für ein vieh aber ich auf 100 licht hochgegangen deswegen kam die ansage schuld beschuldige euch wo abkünftig predigt okay das bisschen verrückt ist ein krass verrückt sechs bis elf ab dem müssen wir beide mit der stückliche von und verdammt ja aber so ja du kannst direkt mal hier dann auch so machen wieder abgelübschen macht echt viel stress schaden meine fresse aber immer ein über für den ganzen stress schon in der verursacht ausgeglichen nein das stört dass hier noch mal dran ist ok stress linderung und schlüssel sehr gut dankeschön das ist nett und eine fackel das ist echt ein ganz netter start muss ich mir mal sagen oh die tasche habe ich mir nie gesehen was ist das denn ah das ist medizin wahrscheinlich drin oder ja erst mal zu blut mhm er fehlt fünfte fünf bis neun eine blutische für zwei müsste es eigentlich reichen ja für vier ist nämlich tot sehr gut tasten des schlags heute markieren aber klar dass das jetzt kommt und das kommt noch dann gleich hier dinge zerfetzen so und du darfst jetzt ein bisschen lied spielen und wir heilen uns ein bisschen weil die hauen jetzt die ganze Zeit aufs ihr rum oder auf Bram rum ist ja eigentlich ein R das sieht halt nämlich so aus ne ich will mich eigentlich nicht so offensichtlicherweise hinstellen auf vier leben gibt auch schon nicht gut war nicht kritisch fünf bis neun drei bis sechs zweimal es bleibt besser sechs bis elf shit so und hast mir beide vorne tot du wirst gerichtet das meine Ardern brennen na Faller 2 das ist das ganze was Stoß so du gehst aber direkt wieder dahin Tasche des Medizinmanns nehmen zitter suche medizin dankeschön schreibe medizin so ja ich war es noch gefunden das ist ganz nett das macht zum glück nicht ganz so krass hier die Faller die Faller na dann kommt noch hin gegen Gift Frage ist ich den Schlüssel jetzt schon benutzen für den Quatsch das ist das ist einer schon tot das ist einer schon tot die Luftflutzen ich weiß nicht das Netz brandmarkt nur und macht ein bisschen Schaden aber nicht viel okay und das ist der bis man glaube ich mehr Schaden bezeichnete schön ausgewichen ja ich technische wir äh eine die 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 wirklich